Musik Ja, man braucht schon manchmal den Doktor auch, aber keine Milliarden dafür. Kann auch ein Arzt, kann auch Buchhalter sein oder ein Anwalt oder Polizist oder Richter. Anwalt, Polizist oder Richter, aber wir brauchen keine Milliarden dafür. Also in gewissen Bereichen, es ist unnötig. Natürlich, die Ungarn leben davon aus und Zahnärzten, aber... Das ist aber ein paar Songs, ne? Als viel zu viel was, viel zu viel was dafür getan wird zur Krankenkasse. So, I win!